Er war jung, es hatte erst begonnen, das Leben. Weder sah man Liebe noch Reuen sein, noch jungen Augen. Man sah nicht einmal Hass. Er war gefühlslos. Beeinflussbar war er, doch nicht allseits. Denn nur auf die Stimmen in seinem Kopf hörte er, tu dies, tu das, und er tat es. Sie riefen zu ihm, in unperiodischen Zeiten. Unterdessen legte er seine Eltern schon in jungen Jahren in die Arme der Dunkelheit, ungewollt. Doch dies war das, was sie ihm sagten, die Stimmen. Jahre musste er sitzen. Nur sitzen, Schatten huschten über den rauen Boden. Doch dies war ihm gleich. Seine Fehler sah er nicht, denn sie sagten, er habe nichts falsch gemacht, die Stimmen. Als Existenz sah er sich, doch nicht als menschliches Wesen. Er hatte keine Ansprüche und auch so keine Bedürfnisse. Dass ich nicht alles gehöre, sagte er. Deswegen sah er eins mit der Dunkelheit. Die einen sahen Dämonen in ihm sitzen. Die anderen eine einzige Unmenschlichkeit. Stets sagte er, er habe einen Pakt mit der Dunkelheit. Sie nahmen sich alles raus. Die Dunkelheit. Sie nahmen alles. Ohne Vorwarnungen, ohne Rücksicht auf jegliche Verluste. Und ohne Reue. Seine Sorgen und Probleme. Ganz gleich. Dauerhaft antwortete er der Dunkelheit. Einst wurde er zur Dunkelheit gefragt. Doch er sagte, die Dunkelheit gebe es länger als Raum, Zeit und Materie. Denn auch diese könne sie überweilen. Die Dunkelheit konnte die Unendlichkeit überstehen, da sie eine der drei Unendlichkeitsmächte ist. Die Macht der Dunkelheit lebte er. Die Macht der Helligkeit verabscheute er. Und die dritte Macht, aber die wichtigste Macht, konnte sein Verstand nicht wahrnehmen, da sie die stärkste Macht war. Alles stellte sich ihm in den Weg, als er versuchte, die dritte Macht zu verstehen. Bis zum Ende konnte er die Macht nicht wahrnehmen. Ihm wurde die Macht der Dunkelheit höchst verständlich. Folgend darauf warf er sich vor sie. Mit einer Hoffnung. Seine Hoffnung war ihm allzu klar. Er wollte sie verlassen und die Macht der Helligkeit, die Hand reichen. Die Hoffnung verlosch, sowie das Glück, welches sich ihm entriss, da er sich zu lange der Macht der Dunkelheit unterwarf. Doch die Helligkeit wollte ihn nicht aus den Augen verlieren. Deswegen sprach sie zu ihm und versprach ihm die Freiheit. Doch dadurch begann seine Verachtung der Macht, der Helligkeit. Und die Macht der Dunkelheit holte ihn ein, sodass er ihn erneut Opfer brachte. Erneut, ohne Reue, ohne Hass und ohne Gefühle. Die totale Macht der Dunkelheit übernahm ihn bis in die Unendlichkeit.